Willkommen zu Attraktionen richtig aussprechen. In dieser Serie lernt ihr, die Namen von Freizeitparkattraktionen wie echte Experten auszusprechen, damit ihr eure Freunde richtig nice beeindrucken könnt. Meisterei Castell Meisterei Castell Chayapace Die Vesa Bain Chayapace Die Vesa Bain Craig Scram Scram Tloken Trois Deichleins von Madrid Scheiße Baban Scheiße Baban Diddle the Diddle the Tree Diddle the Diddle the Tree Croissant Croissant Das war die erste Folge Attraktionen richtig aussprechen. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, damit ihr vor euren Freunden wie echte Experten wirken könnt. Tschüss!